Kuckuck! 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 Was war denn das? Alter, es wird ja immer kranker. Hehehe. Ja, schönen guten Tag und damit willkommen zurück zu Minecraft am Montag. Meine Güte, wie es sich schon wieder fortgeschreitet hier. Das ist unfassbar. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich meine eigentlich, dass wir hier uns um die Beleuchtung kümmern wollten. Wollten wir das? Wollten wir. Aber, wie du siehst, es ist noch nicht ganz fertig. Eisen. Eisen müssen wir holen. In jedem Falle müssen wir Eisen holen. So leid es mir tut. Ja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Das verleid es mir tut, aber wir brauchen halt auch Eimer. Und das ist halt alles ein bisschen doof gerade. Ja, irgendwie hängt es. Aber gut, was willst du machen? Irgendwas ist ja immer. Und von daher... So, sammeln wir erst mal Experienze. Und zwar ohne Ente. Experienze ohne Ente. Wir nähern uns ja schon der 30 XP-Marke. Uh, hu. So. Gebimpfel, Geschrote, Schund und Gedöns. Wo haben wir es liegen? Haben wir es hier liegen? Hier haben wir es liegen. Und ab dafür. Also, voll in der Maßen. Hab ich mir das vorgestellt. Zuerst einmal kicken wir uns hier den Sonnenuntergang an, wa? So richtig fett. Weißt du? Wegen dem Leuchten und so. Das ist so mal die Idee, dass wir uns das erst mal anschauen. Weil wir es können. Ah. Am besten noch so mit... Weißt du? Mit langsamen Bewegungen. Ah, so schön. Okay, ähm... Huch, guck mal. Screenshots. Zwei Stück. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass der alte Master Merchandry-Jots macht? Na? Oh Gott. Also, pass auf. Wir brauchen in jedem Falle Lava. Die haben wir hier unten en masse. Deswegen gehen wir da jetzt auch einfach mal runter. Hinab! Ein ganzes bisschen langsamer. Wie viele Eimer habe ich denn? Ich habe fünf. Und alle fünf Eimer müssen wir erst mal befüllen. KST-Beat! Natürlich! Wer denn sonst? Ohne diesen Menschen hätten wir wirklich keine Musik in der Playlist, scheint mir. Also, KST-Beat wird in jeglicher Form benötigt. Zum Beispiel so. Nein, eigentlich wird es... Ich weiß nicht. Also, KST ist enorm vertreten. Hm. KST hat schon eine ganze Menge Potential. Potential. So. Potential. Kennst du Potential? Ähm. Wo habe ich denn? Ich habe doch hier... Habe ich doch hier Teile. Weißt du? Zack. Zack. Fub. 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 Hihihi. Dann können wir das hier schon zumachen. Und den hier schon zumachen. So. Ist natürlich jetzt doof, dass wir relativ wenig Eisen haben. Es ist aber auch so, auf die Schnelle hier nichts zu finden an Eisen. Die, 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 die. Wir müssten hier wirklich gerade mal ein bisschen rumlaufen. Und einfach mal gucken, ob wir hier... Manachiterze. Ne, hier ist erstmal so nix. So prinzipiell. Wir haben hier aber auch schon Rohstoffe rausgegrabbelt. Und deswegen ist das jetzt so ne Sache. Naja. Dann werden wir wohl doch noch ein paar Minderwertige mitnehmen müssen. Müssen wir uns halt aus den Nuggets ein paar Barren basteln. Bis wir... Neues Material in die Finger kriegen. Na, im Übrigen habe ich überlegt, dass ich die Welt nochmal konvertiere. Und zwar auf die Live-In-The-Woods-Version 1.08 zurück. Ähm, und da das Mod-Pack After Humans noch mit reinpacke. Weil ich gesehen habe, dass das, dass dieses Mod-Pack einfach etwas reicher ausgestattet ist an, äh, Fülle. Also auch an Spieltiefe mit mehreren Gebäuden und sowas. Das hast du hier verhältnismäßig wenig in der Welt. So, kriegen wir da oben was? Ne. Kriegen wir da was? Auch nicht. Aber da... Ne, auch nicht. Hm. Hinten ist ein Haufen Wasser. Ja, ich habe überlegt, ob ich das tatsächlich noch mache. Und ich glaube, das werden wir auch mal probieren. Und ganz ehrlich, so weit sind wir in der Welt noch nicht. Wenn da jetzt irgendwas schief geht, ei, meine Güte, dann... ...mache ich es halt frisch. Das ist mir doch egal. Irgendwo. Aber ich denke, im Zuge der Spieltiefe macht das Sinn. Und ich habe auch irgendwie den Verdacht, dass Small Creatures hier auf dieser Welt nicht sauber funktioniert. Weil, wie gesagt, Wasserkreaturen sollten eigentlich ohne Ende vorhanden sein, spawnen hier aber nicht. Und deswegen muss ich dem Ganzen so oder so noch nachgehen. Ja, oder sie spawnen unzureichend. Apropos unzureichend. Was auch sehr unzureichend ist, ist es die Lebensdauer unserer Spitzhacke mittlerweile. Das wird nämlich immer enger. Was war denn das hier? Dolomite, Osla. So, dann machen wir uns hier raus noch ein paar... ...ein paar Barren. Ach, ich liebe den Magnetmodus. Ey, das ist voll Cheating. Nein, das ist ein Magnetmodus. Trotzdem Cheating. Nein, das ist ein Magnetmodus. Das kann man sehen, wie man will. Ob das jetzt Cheating ist oder nicht. Ich meine, in der vorherigen Welt haben wir das auch gemacht und haben damit gearbeitet. Ja, und ob das jetzt nur so rum gebastelt wird oder so rum gebastelt wird am Ende. Nö. Guck mal, was haben wir denn hier? Eisenerz. Man glaubt's ja kaum. Ja, wo kommt denn das her? Ich würde mich nicht wundern. Aha. Fub. Ich krieg mein Material schon irgendwie. Siehste? Siehste? Das Kamee steht in der Wieste. So. Aber im Grunde genommen ist die Frage in Bezug auf das Modpack, äh, After Humans, ist eigentlich nur eine ganz einfache Frage. Soll ich oder soll ich nicht? Aua. Voll auf den Knöchel, Junge. Ja. Also, würden würdig. Das ist schon mal sicher. So, pass mal auf, wir gehen mal hier hoch. Ich sag dir, wir gehen da hoch. Was eierst denn du da rum? So, pass auf. Zack. Hui. Platsch. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Viecher unter Kontrolle halten, dass hier nix durch die Gegend spawnt. Weil was hier funktioniert, ist das Mob Spawning. Das funktioniert 1a. Mit Ausnahme von, äh, Wassertieren. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich bin ja doch schon ein Fan von Wassergetier. Wassergetier. Äh. Ja, komm, Kohle. Muss ich ja sowieso mitnehmen. Und wieder KST, das glaubt man doch gar nicht. Überleg doch mal, wie oft der Mann jetzt hier mittlerweile schon vertreten ist in unserem Bereich. KST Beats! KST Beats! KST Beats! KST Beats! Die, 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 die. Dann kommt ein Monster, schießt mich um und macht mir den gar aus. Geile, wie ich hier Ich hab voll die Rhymes, Junge Voll die Skills, Alter Was? Hab ich grad Alter gesagt? Kannst du ja wohl dir glauben, Alter Das ist ja unfassbar, Alter Was geht, Junge, Alter Alter, Junge, Junge, Alter Alter Was? So, wir müssen auf jeden Fall zusehen Dass wir nochmal ne Dingens basteln Ne weitere Eisen, äh, ne weitere Diamantspitzhacke Sie hat ja doch verhältnismäßig lang gehalten Aber irgendwann ist auch mal gut Hat sie sich gedacht So Aber so allmählich geht sie wirklich den Bach runter Hinab Ui Okay In erster Linie brauchten wir aber Eisen Naja, immerhin haben wir 25 Blöcke organisiert Das ist ja schon mal ein bisschen was Nicht viel, aber immerhin ein bisschen was Wieder KSD Beats Meine Güte, man meint, der Mann hätte Viele Musik produziert Hat er wahrscheinlich auch, aber das können wir keinem verraten Die 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 Wir hier irgendwo noch was Das ist noch was Ja Das ist nur diese eine Da komme ich gar nicht ran Dann nehmen wir das erstmal mit hoch Nighttime Schon wieder Tatsache Unfassbar Hup Hup Boop Dip 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 So, Freunde der guten Unterhaltung. Also nicht meine. Weißt du, manchmal finde ich mich gar nicht so lustig. Äh, diesen, diesen. Diesen, diesen. Wupp, wupp, diesen. Dann diesen. Und jenen dort. So, den snappen wir da hin, den snappen wir da hin. Einmal so, einmal so. Dann einmal hier und einmal hier. Und hier, die auch noch einem angeboten. Den machen wir da hin. So. Zack, zack. Wupp, wupp. Und da, die auch noch einen... So. Wupp, wupp. Wupp. Vielen Dank.